Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas Koenig, ich bin Philosoprofzüchter nach dem Licee und das wird heute geguckt, dass ich ein kleines Video, das den Premierschüler so helfen soll, eben am Fach Philosophie, ihren Dossier Ethik zu studieren. Das wird mir auch an diesem Video machen, dass wir sprechen über den 8. Schopenhauer und nicht über den Schopenhauer im Großen und Ganzen, sondern über den Teil, den auf der Premiere an der Philo im Programm ist. Wir schauen uns, dass wir die Aspekte vom Schopenhauer und die im Programm stehen, wir schauen uns aber nicht den Weg vom Schopenhauer am Großen und Ganzen an. Wir konzentrieren uns wirklich, dass das wesentlichst mit der Optik eben den Schüler, die am Moment nicht können, an die Schule gehen, eben eine Hälftestellung zu bieten, für sich selber dann eben Materie plus minus bei können zu bringen. Dafür darf man nur machen am Anfang, was wir gucken jetzt ganz kurz die Biografie vom Schopenhauer an und dann, wenn wir das machen, dann gucken wir, was auf Premiere im Programm steht. Aber wenn wir das machen, dann gucken wir in dem letzten Moment nach, ob es nicht irgendwelche Tipps oder Tricks gibt, mit denen ihnen am besten und mit dem auch angeht, wie sie hier nur zu lehren. So, naja, da gebe ich so ein, fängt man einfach hier an. Na ja, dann fängt man an ganz viel, den Achter Schopenhauer hat gelieft von 1788 bis 1870 an Deutschland, so weitet Deutschland im Moment schon auf. Den Schopenhauer, der hat auf jeden Fall den Deal, den wir hier machen als, ähm, besonders den Deal, den wir hier machen als eine Reaktion von der Welt ein bisschen, ob die Ethikweise zum Beispiel Niemann, weil Kant durchgestaltet wird. Der Schopenhauer hat nämlich fand, dass dem Kant seinen Abbruch zur Ethik, der wir dann die deontologische Ethik, die wir nicht hier am Dossier geguckt haben, ähm, die approache, die wir relativ rationell, das wäre vielleicht interessant wäre, ob die Uni an den Hörsaal, darüber zu debattieren, das könnte einem helfen, mir schafft zu denken, mehr an der Praxis, keinen absolut gewöhnlichen Stimme anzufangen. Und dafür hat der Schopenhauer dann eben gemengt, ein Bericht in einer Ethik, eine Ethik, die allen Menschen könnte aufwenden, oder die allen Menschen könnte verstehen, und, ähm, dafür geht dann dann dahin, an ihr Sicht, etwas mehr Praktisches. Zur Person geht es relativ viel zu sagen, auch zu sagen, wie geht das, was wir heute machen, die Dehler, die gehören am Anfang nicht, zu sagen, am bekanntesten Buch, und die sind am Anfang schon mal zwei, drei Schopenhauer Experten geschwäht, die der Meinung sind, dass der Große von dem, was der Schopenhauer gesagt hat, nicht an dem Buch zu finden ist. Der Große von dem, was der Schopenhauer gesagt hat, betrifft auch nicht unbedingt nur moralisch, ethisch Frauen. Und dafür gehe ich auch absolut nicht auf den Großen an, von dem, was der Schopenhauer gesagt hat, weil er das, ähm, wieso es dann damit sich ganz weit auswählen, und dafür, wenn es noch verschiedene Sachen hier auf der Seite los sind, dann ist das schon ganz bewusst. Verschiede Sachen, die nicht im Programm sind, verschiedene Sachen eben, die zum Schopenhauer müsste quasi dazugehören, die ich auch noch heute nicht erwähne, für die Sache nicht mehr kompliziert zu machen. Und auch zur Biografie von Schopenhauer, der Schopenhauer als, vom menschlichen Standpunkt her, boah, die haben von interessant, die haben von nicht interessant, auch bist mir eine skurrile Person, die, ein, das ist so, nicht unbedingt, ganz gute Meinung von ihrem Menschen hat, und hat auch ein Puddel, wenn Rosemann dem war, und den immer als du Mensch vernamt. Boah, das war's also, zur Person. Der Schopenhauer war ein deutscher Philosoph, die hat einfach zu hören, den am 19. Jahrhundert geliebt hat, und die Texte, die wir auch von ihm machen, der hat, wie gesagt, eine Reaktion auf die Weg auf dem Kant, einer anderen, und der Schopenhauer, wie gesagt, geht dann auf sich nur eine Ethik, die mir deutlich wäre. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, Paraporte zu all den ethischen Systemen, wie zum Beispiel eben das vom Kant, wie du schon erwähnt hast, oder all den anderen ethischen, moralischen Wirken, die probiert, irgendwie eine Basis von einem Fundament, von einer Moral. Der Schopenhauer war der Meinung, dass sich alle irgendwelche Gäste in der Welt verlieren, dass all zu viel abstrakt, rationell wäre, und dass die normale Menschen eigentlich keine mehr aufhängt. Der Text, und da kommen wir dann noch zu dem zweiten Teil, und zu dem wichtigen Teil von diesem Video, wird erst das Fundament von einer Moral. Das ist am Anfang die Frage, die der Schopenhauer stellt, und das ist auch die zentrale Frage, eben die Heile und Programm vom Premiersprogramm steht. in unseren Handlungen bestimmt, die ist von dir, wie ich ein Video für drüben, als Beispiel geholt habe, wenn er etwas dringt, weil er durchdurchsitzt, dann handelt er egoistisch, der guckt nur erst. Denn Egoismus ist auch moralisch, indifferent, und geht ihm nicht um eine Leute, dem Egoismus, am normalen Fall, oder am normalen Fall, nein, auf verschiedene Fälle, wenn ich nur nach mir schaue, dann, wenn ich da egoistisch handel, dann sind eine Leute nicht unbedingt am Spielen. Aber wenn er gerne etwas hat, wenn er eine Person hat, und ich klaue das, dann dien ich der Person dann auch dem Weg weg. In dem Moment geht mein Handlung dann auch antimoralisch. Und Maxim vom, also dem Prinzip von der Welt, der Richtlinie vom Egoismus aus, dass er keinem soll helfen, dass er echter den anderen soll schulden, wenn es einem selber etwas bringt. Hilf niemandem, sondern verletze alle, wenn es dir gerade nützt. Das wäre am Anfang dann der Prinzip Gleitmotiv von der Welt vom Egoismus. Das wäre die echte Grundtriebfeder. Dann hat er die zweite Grundtriebfeder, das wäre dann Bosheit oder Dübelwollen. Die ist nicht unbedingt so präsent wie den Egoismus, auch wenn sie da ist, und Bosheit, wie die nur mit Schusset oder Dübelwollen. Das ist das, was eines unreift, wenn man andere Leute schulden will. Denn der Tisch, das machen wir nicht, wie beim Egoismus, für einen eigenen Nutzen oder für einen eigenen Frieden zu steuern, sondern das machen wir für einen anderen Menschen schuld, zuzufügen. Ob der einen selber Frieden möchte oder nicht, ist dabei wichtig. Und da, wo den Egoismus amoralisch als bestenfalls, oder auch antimoralisch kann sein, ist Bosheit immer antimoralisch. Bosheit geht immer gegen die Prinzipien von der Moral. Das Motto von der Bosheit und das auch verletze alle so viel du kannst. Das ist ja auch nicht wirklich etwas, wo man richtig spontan sagt, oh, das ist moralisch. Also, erstens haben wir Egoismus als Grundtriebfeder. Zweitens hat man dann Bosheit oder Übelwollen, auch als Grundtriebfeder. Und dann die dritte Grundtriebfeder, die der Schubb noch abzählt, das wird Matlitz. Matlitz ist eine Grundtriebfeder, die treibt uns dazu, und andere Leute, die wohl zu wollen. Dafür hat Maxim vom Matlitz also auch half all den anderen so viel zu können. Matlitz hat am Anfang als Ziel das Wohl des Anderen. Boah, das sind am Anfang die drei Grundtriebfeder, die der Schubb noch abzählt. Boah, die Eicht, Egoismus als amoralisch oder antimoralisch. Die Zweit als immer antimoralisch. De Schopenhauer, das habe ich am Anfang nicht gesagt. De Schopenhauer geht davon aus, dass es moralische Handlungen gibt, wenn drei Grundtriebfeder sind und sind zwei nicht kompatibel mit der Moral. Da bleibt es nur eine Möglichkeit. Es muss die dritte sind, in diesem Fall Matlitz. Das ist das Fundament von der Moral für De Schopenhauer als Matlitz. Wanderlowelt als Handlungen, die können zurückgeführt gehen auf ein von den drei Grundtriebfeder oder auf eine Kombination von denen. Die hat Eichtmächlichkeit, die handelt just aus Bosheit für einigen Anderen Weizen. Das ist klar antimoralisch. Wenn dir noch einigen Anderen Weiduern an dabei Spaß hat, oder Spaß will tun, dann handelt da auf der einen Seite das Bosheit an auf der anderen Seite das Egoismus. Das ist auch nicht moralisch. Mit die Kombination als Mächlich. Dann hat da Mächlichkeit just aus Egoismus zu handeln. Das ist ja auch nicht moralisch. Dann, wo das Mächlichkeit geht, stelle ich mir für die Hölleflinge Anderen Person, weil der Matlitz hat, an. Weil der eisch besser spielt von der Egoolefut, wird gewissen, als Meraus. In dem Moment gehe ich da aus Matlitz an, aus Egoismus handeln. Das wäre schon eine Schöne der richtige Richtung. Wenn man nach nicht bei einer moralischen Handlung auch kommt, das heißt, ist das einzige, was geht, die einzige Art von Handlungen, die moralisch sind, sind Handlungen, die aus Rangem Matlitz betätigt gehen. Wann der Welt, ich kann nicht ein Beispiel holen, das werde ich mich in meinen Kuh holen, dann stelle ich mal an, für vierte Triple-Tisch-Krauss-Gas, wohl verstanden, außerhalb von einer globalen Pandemie, somit wäre, 2019, genau, von einem Zweilfmein zurück, der Triple-Tisch-Krauss-Gas, in dem Gesitz, auf der einer Seite von der Straße, als ein Kloschach. Und der Kloschach guckt eine Richtung, und ihr wisst, wenn ihr euch anguckt, dann wird ihr wahrscheinlich euch Geld verdreut. Wenn ihr euch dezent, känglos tut, euch das umzudäun, und ihr guckt etwas, weil es euch nervt, in dem Moment, will der dem Kloschach nicht besser, der will dem auch nicht gut sein, guckt es nur euch, in dem Moment handelt es aus Rangem Egoismus, in dem Moment, aus der Handlung nicht moralisch. Wenn ihr euch sagt, okay, den Namen Kloschach, die geht nur da hin, und die gibt ihm, was weiß ich, von neuf, zehn Euro, im Moment, gibt es ganz viele Leute, das wird die richtige Handlung, aber der Schopenhauer, der gibt nicht so, dass das die richtige Handlung ist, weil das wird wichtig, also das ist nicht das Resultat, also der will nur die Tarifte, der gibt so ein okay, das ist wahrscheinlich gut, weil die heute nicht so viel verloren, weil die können zehn Euro ausgehen, und auf der anderen Seite, der Kloschach hat etwas gewonnen, natürlich nur die Tarifte, die gibt wahrscheinlich so ein, dass es okay ist, denn Schopenhauer gibt nicht direkt so ein, dass es okay ist. Wenn die Leute nämlich nur von Bause gucken, wenn eine Person rüber geht, bei der Kloschach, und ihm Geld geht, da wissen wir noch immer nicht, welche Wert es hat gemacht, weil es keinen Sinn, dass die Person, von dir in dem Fall, hat keinen Sinn, dass die rüber geht, und die geht dem Kloschach zehn Euro für, was weiß ich, das Gewissen zu berücksichtigen, in dem Moment wurde aus Egoismus gehandelt, in dem Moment als Erhandlung nicht moralisch gewesen, es keinen Sinn, dass ich so teilweise nicht nur leicht machen könnte bei mich, und nervt mich, bis ich ihm Geld ging, wie das, das ist ja auch so, dass die Welt erraut haben, wenn der dann rüber geht, um zehn Euro zu gehen, um ihn zu erraut zu haben, dann wurde aus Egoismus gehandelt, keinen Sinn, es keinen Sinn, dass der Matlid mit dem Kloschach hat, da geht er dahin, an die geht ihm zehn Euro, dann wurde aus Matlid gehandelt, das war eine moralische Handlung, es keinen Sinn, und du denkst, wenn ich im Dreieck geht, das ist hoffentlich nicht so viel plausibel, als die Theorie, mehr fürchterbar, in kein Sinn, dass es richtig ist, da geht ihm durch den Kloschach, den nervt mich, ich kolonisch zu gehen, das ist von ihm Geld gehen, wie das der Kloschach ausfährt, nicht natürlich an Drogen, an Alkohol, investieren, und an das mich schnell dauert. Das wäre der Moment, Bosheit, die will ihm schulden, und die will der Lass gehen, das ist der Moment, wo er furcht wäre, Egoismus. Das wäre definitiv auch keine moralische Handlung. Boah, es ist viel zu sagen, wenn du von draußen guckst, wir hatten heute vier Szenarien von einer Person, die auf der anderen Seite von der Straße gegangen ist, für den Kloschach, Geld zu gehen, wir hatten vorher mal dieselbe Handlung und vorher mal eine Erklärung. Das wird wichtig, als das Motive, die Intention von der Person, die handelt, auch nicht unbedingt Resultat. Wenn dir nun nämlich bei den Kloschach geht, für den Geld zu gehen, für das dir euch besser fehlt, an dem Mann, der hat dem Kloschach in Frieden gemacht, utilitaristisch gesehen, hast du kein Problem, mehrere Menschen, laut Schopenhauer, werdet egoistisch. Aber ich insisteere auf den Punkt, weil das zum Beispiel in Friedrich ganz gerne Mengenprüfungen stellen und ich kriege ganz oft, ganz, ganz oft eine falsche Antwort. Also die Friedrich stellen, das wird als wenn ich dem Kloschach Geld gehen, für meinen Grund zu holen und für mich gut zu fühlen und das ist zweimal Egoismus. Also nicht moralisch. Boah, so hat. Was also Matlitz? Matlitz als am Anfang etwas, was ihn am Alltag findet, hat gesagt ihn immer rum, dass das passiert, dass Leute Matlitz empfangen. Just das schwer zu klären. Also wenn man nur die Schopenhauer und das schwer zu klären hätte, was man machen könnte, als echt empirisch feststellen, dass es Handlungen aus rangem Matlitz gibt. Am Matlitz, das funktioniert am Anfang so, dass man, wenn man in einer Person gesehen, dass man am Anfang wirklich mit der Person Matlitz leidet. Dass die eine Person am Anfang zu mengen Motiv geht. Wenn der Motiv tut, der wird motiviert, der muss hoch in Bewegung setzen. Natürlich die Person muss mich so in Bewegung setzen, wie normalerweise ich selber mich in Bewegung setzen. Wenn ich zum Beispiel leiden, weil ich ja nicht leiden will, dann mache ich etwas für nur mir zu gucken, für das Ding fortgeht. Wenn ich nur Matlitz mit einer Person Matlitz leiden, dann den Moment versperre ich mich hier Penge ein bisschen, irgendwie schon. Ich will, dass die Penge fortgehen, ich will, dass es mit der Person besser geht und das dann richtig Matlitz leiden. Nicht nur Matgefühl, sondern richtig Matlitz leiden. Das heißt, ich identifiziere mich mit der einer Person und die Person wird mir persönlich so wichtig, wie ich normalerweise mir selber wichtig sind. Das heißt, den Moment, wenn ich nicht von einer Wesen habe, ich habe schon gerade keine Lust, dass ich sie genervt oder was für sich nach alles, und ich sehe, dass eine Person das Problem hat, und ich Matlitz mit der Person empfangen, weil in dem Moment geht die Person mir mehr wichtig, wie ich es selber gerade sind. und ich habe noch einen kleinen Punkt kann, dass ich nicht auswählen und erklären, wie das alles funktioniert. In dem Moment muss ich wahrscheinlich nachher kommen von drei, vier Stunden. Ich würde mich noch machen, dafür für die Puristin effektiv, auf Hilde und etwas mehr, dass es, wie gesagt, der Video hat es nicht durch die Puristin, dem Primärer zu helfen. Oder der Primärin, selbstverständlich. Voilà, das ist Matlitz als etwas, wo ich mich dann wirklich, ja, wo ich mit dem anderen mitfühlen, wo ich mich mit dem anderen identifizieren, und wo ich anfange dem anderen zu sagen, wohl, wohl, genauso wie ich normalerweise mein eigenwohl will. Das heißt, den anderen geht zum einen Motiv. Und dafür als Matlitz dann auch das Fundament der Moral, eine Handlung, die rein auf Matlitz abbaut, als eine moralische Handlung. Ja, Matlitz feiert, natürlich auch zu ein paar Probleme und zu ein paar Frauen, durch den Kritikpunkt, den ihr immer um könnt, dass, wenn ich die Penge von einer anderen Person fehle, stelle ich mir vor, die trippelt über die Straße in die Gesicht, auf der anderen Seite, die Leute, die ich gerade beigebracht habe, und die fehlt die Penge von einer anderen Person. In dem Moment, wenn ihr so wei hat, wei sollt ihr dann überhaupt noch können, bei der andere Person zu helfen. Das heißt, es gibt, wie gesagt, Kritikpunkte, und es gibt auch ganz viele Diskussionspunkte, die wir hier nicht übergehen, weil wir nicht die ganze Schopenhauer auspacken können. Aber, der Schopenhauer sieht auch, wie wir noch beim Utilitarismus sehen, sind nun, es muss ihn nicht immer und immer an immer und immer an immer und immer an immer mit allen Menschen mit leiden. Wenn ein ein Kerl an einer Situation war, und es hat die Situation verstanden, dann, die nächste Kerl, wo er in der selten Situation ist, muss er nicht mit leiden, und kann er sich auch auf Prinzipien orientieren, auf Maximen, auf Tugenden, an der Weis in Anfang schon, weil er muss machen. Der Tisch muss ihn sich nicht zugrunde richten, an mit allen Menschen mit vielen, für Können zu handeln. Dafür hat der Schopenhauer auch gesagt, dass er mit einem zu zwei Tugenden feiert, jedoch der Engel sagt, Tugend von der Gerechtigkeit. Tugend von der Gerechtigkeit gehört normalerweise beschrieben als etwas Passives. Der Tisch ist Gerechtigkeit, also wichtig, weil er will, dass allen Menschen das Gerätverte verdient hat. Der Tisch, praktisch Beispiele, die Treppe liefert die Straße, wie immer, und er sieht aus einer Person gerade, die Pachtfeu hat, aus der Tasche fällt, und er sagt, okay, die Person, das ist nicht meine Pachtfeu, das ist der Person, ihre Pachtfeu, sie hat den verdient, und in dem Moment holt er die Pachtfeu und der droht den, bis bei der Person, das wäre eine Gerechthandlung, eine Handlung, eine Gerechthandlung, eine Gerechthandlung, das könnte aber nur dem selbst passieren. Es geht doch noch die zweite Tugend, dass das Tugend von einem Menschen lebt, Caritas von der Welt, und das ist eine Tugend, die uns und das ist eine Tugend, die andere Leute zu helfen. Der vierte, wenn der Welt ein Maxim helfen, für den Matleid, Maxim für den Matleid ist, verletzt kein mehr Hilfe auf allen Menschen zu viel zu können. An dem Moment haben wir die Tugend von Schopenhauer gemacht, vom Schopenhauer. Da ist nicht so viel dran, dafür resüme ich an, ich denke, es gibt drei Grundtriebfedern, Egoismus, Bosheit, Übelwollen, oder Matleid, und Matleid ist die einzige moralische Triebfeder, und Matleid feiert uns zu den zwei Tugenden, Tugenden von der Gerechtigkeit auf der anderen Seite, und die mehr aktiv Tugend, Tugend von der Menschenliebe. So, wie gesagt, wir haben eine Tugend von Schopenhauer gemacht. Was nur noch können sind, Tipps und Tricks, oder was muss ich nicht schmecken, will ich an Schopenhauer am besten? Das Problem beim Schopenhauer, das hatte ich ja schon am Vierfeld erwähnt, dass ganz viele von meinen Schülern die Geschichte mit der Intention und der Motivation nicht immer richtig verstehen, weil für uns im Alltag wir haben nicht unbedingt alle gut in einer klar ausgeprägte Moral, wir sind nicht alle gut in irgendein Fall durchgegangen, haben uns durchgegangen, wir haben immer gesagt, wenn sie überlegt sind, soll ich teleologisch oder deontologisch oder prinzipien von der Tugendethik aufwenden, oder respektive, es gibt noch ganz viele andere Ethiken, es gibt zum Beispiel auch die Mitleidsethik, die einen anderen haben auch durch die Schopenhauer vertreten, das ist, ob die an dem echten Video nicht angegangen sind, aber die meisten Leute haben sich nicht zu viel die frohe Gestalt, das heißt, alles Handeln beruht mich, und deswegen machen wir verschiedene Sachen. Wir haben alle gut als Prinzipien, wir müssen als Grenzen auf der anderen Seite, guck mal, wo wir gehen an dem Resultat, und das wird auch selbst konfus, oder verwirrend sein. Dafür, wenn da so ein frohes Kritt bei der Situation x, y, z, wird giftig hoffen, aber nur so ein, denkt immer drinnen, das wird wichtig, als es nicht das Resultat, das wird wichtig, als es die Intention. Das Resultat von einer moralischen Handlung ist ja im Normalfall positiv, weil ihr ja meistens einem anderen dabei herläuft, das heißt, das ist das As, wenn er da guckt, schau ich mal auf hier, die hat Matlid mit dem Kloschach, die man für drinnen weintun, die gibt da hin, die gibt dem Kloschach Geld, und die fehlt sich ja noch gut. Die Intention wäre, als Matlid zu handeln, und nicht ich gut zu fühlen. Das heißt, wenn er sich noch gut fühlt, das ist doch mieux, das möchte Handlung nicht mehr normalisch. Wenn das aber macht, für sich gut zu fühlen, dann handelt das aus Egoismus, und das hält der selbeste Handlung, von Bauer gesagt, die wirklich genau die selbeste Sachen, hält der Sache den moralischen Wert. Dafür denkt man, die Konsequenzen können positiv sein, Matlid bedeutet nicht, dass er permanent muss leiden. Matlid ist wichtig, was die Intention angeht, und nicht, was das Resultat angeht. Das Resultat interessiert den Mann. Wenn er moralisch handelt, will er am Sinn von Schopenhauer verstehen. So ein anderer sagt, den auch dann eben nicht vergessen, der Schopenhauer das wirkt relativ einfach, die Schöne und noch gerne wollen, eben so einfach an nachvollziehbar ist. Ich meine, in der Theorie das auch, wenn ich auch vorhört, etwas, was ihn am Alltag oft kann nachvollziehen. Ich meine, wir haben alle gute schon Matlid gefehlt. Irgendwo. Aber das ist nicht, dass der Schopenhauer einfach an der Prüfung ist. Das ist nämlich ganz gerne schlecht erklärt. Dafür habe ich, wie bei all den anderen anderen, erst ein Resümee. Er geht dahin, erklärt einem anderen den Schopenhauer anhand von ihrem Resümee. Und dann geseht ihr euch andere verstanden, oder nicht. Weil die Frage, wie gesagt, man im Klöschach geht oft falsch beantwortet. Dann wird auch nachgekommen an der Question Reflexion Personal. Wie bei den anderen, zwei anderen, ist natürlich froh auch, ob die damit auch verstanden sind, dass das Matlid die Basis von der Morale ist, oder ob es nicht einfach etwas anderes ist. Das heißt, ja, die Frage kann natürlich auch kommen. Ich habe hier die drei verschiedenen Ethikformen gesehen. Teleologische Ethik, Deontologische Ethik, und, boah, nicht Tugendethik, mehr in diesem Fall Matlidsethik. Da kann ich sagen, wo die Kinder kommen, wegen von den drei Sorten von Ethik überzieht ihr euch an mich. Also die Frau in der Rängeform wird wahrscheinlich nicht in der Prüfung kommen, oder am Examen. Da kriegt ihr sie vielleicht ungewandt, oder ungewandt, über einen konkreten Punkt. Ich möchte sagen, Frau, die die erste nicht stellen, am Endeffekt, wann der meint, dass verschiedene Sachen gut sind, auch verschiedene Sachen sich schlecht, und der meint, dass das nicht schüßt, ihr Bauchgefühl ist, weil ihr seht, was richtig ist, was falsch ist, oder was gut ist, oder was schlecht ist, dann muss er das vielleicht auch begründen. Das ist natürlich froh, weh. Und das ist natürlich dann auch recht froh, ob die überhaupt zu begründen, auch, das geht ja auch Leute so, und das hat alles Quatsch aus, dass ich dann nicht begründen kann. Dafür, ich denke, darüber nur, das ist die eine Sache, die eine Sache, als natürlich auch froh, man matlädt, muss er wirklich mit den anderen Leuten matlädten, für das es, ja, für das es moralisch handelt. Geht es nicht durch, dass er versteht, wie es ihnen geht, dass er einen Aussatz von Empathie holt, und dass er nicht die ganze Penge von einem anderen auch matlädt. Also wie gesagt, beim Schopenhau, als du bist ein bisschen mehr subtil, aber wir haben heute auch nicht Zeit für alte Utilitäten anzugehen, dafür, dort kann zum Beispiel auch ein Fokus sehen, dass eine Ethik die matlädt abbaut, realistisch, weil es sich von jemand anderen matlädt, ab langer Zeit wird feststellt, zum Beispiel, von denen riecht mich nur richtig, guckt auf die Tele, und das ist ein bisschen für eine humanitäre Krise, es ist ein bisschen von jemanden, die auch nicht in der Woche, dem nur wie schlimm, das interessiert das Leute noch, weil sie matlädt empfanden, und es ist ein bisschen die Leute egal, weil eine Sache passieren, auf der einen Seite auch vielleicht, weil ein Effekt von Angewinnung du hast, das ist ein bisschen dramatisch, es ist nicht so neu an matlädten, als ausstrengend, und dafür blenden das dann aus, das wäre die nächste Frage, als eine Ethik, die auf matlädt abbaut, überhaupt machbar, auf langer Zeit, oder auf globaler Ebene. Das wäre auch eine Frage, die können kommen, und selbstverständlich, die Variationen haben wir mit der Frage vom Bettler, das ist der Klassiker, da gehe ich mich auch darauf viel bereden. Ja, und dann, die lässtmöglichkeit ist natürlich, dass eine irgendeine Variation auf die Frage vom Bettler, also vom Kloschach, die ich nur für das schon erwähnt habe, dass er gesagt, das passiert, mit der Intention, ob der Schopenhauer der Meinung ist, dass das nicht moralisch ist, oder nicht. Mehr bei, also neuen Käfen für den Schopenhauer, gebe ich euch roten Resümierungen, probiert einem anderen zu erklären, aber probiert wirklich, auf den Punkt aufzupassen, dass die Intention zählt, und Resultate nicht, den Moment, wo der evaluiert, ob eine Handlung moralisch ist, oder nicht. Das wird auch nachher lassen, weil er nicht mehr zum Programm gehört, und für Kleckensche, ganz zum Schluss, der Schopenhauer hat nicht größer Konstrukte aufgebaut, für das zu erklären, wie er Moral soll beibringen, oder, 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 für das überhaupt zu begründen. Das ist nicht einfach gesagt, das wäre seine Meinung, das wäre, und er ist auch der Meinung, dass die wenigsten Leute wirklich aus reingem Atlet handeln, dass der Zwölmpfang von den Gerechten, von den Leuten, die aus Atlet handeln können, begrenzt ist. Das heißt, dass verschiedene Leute eben so auf die Welt kommen, dass sie keinen Sinn für Moral haben, und die Leute können dennoch nicht beibringen. Und das heißt, du können in einer Menge Welt wie einen ganz großen Platz, weil eben nicht alle Menschen dazu fähig aus, mit der Fotosuppnahme, aber seht aus, dass sie ihn argumentieren können, und es können die Leute, die zum Beispiel ein reinges Egoismus handeln, es können ihnen aber auch beibringen, was eine moralische Handlung wäre. Das heißt, es können die Leute dazu kommen, moralisch zu handeln, oder auf jeden Fall eine Handlung auszufeiern, die moralisch wirkt, auch wenn sie nicht dazu kann kreieren, dass sie aus Matlet handeln. Das heißt, werde ich am ersten Video so tun, dass sie verschiedene Ethiken in den Medien achsen auf die Handlung setzen. Es gibt auch eine Ethik in den Medien achsen auf die Person, oder die Gesinnung von der Person setzen. Und hier haben wir ein bisschen das, haben wir zum Beispiel auch die Frau, und die Frau hatte ich auch schon am ersten Video gestellt, eine moralisch verwerfliche Person, oder ein Mensch, den ihn normalerweise als schlecht oder korrupt gibt, durchstellen, kann die gute Sache machen, wenn die Intention schlecht ist. Wenn ihr ihn hier seht, z.B. macht das und das, weil das richtig ist, und weil das gut ist, und die Person mischt das dann, aus dem Moment eine moralische Handlung, weil das wichtig ist, oder aus einer unmoralische Handlung, weil die Person eben nicht, weil kein guter Mensch ist. Das wäre z.B. auch ein Freund, in der sich keine Stelle. Wenn ihr meinen Tue vom Schopenhauer gemacht habt, dann schreibt mal, also mein Name ist Thomas König, wie gesagt, Philos-Prof zu euch dann noch am Lycée, und ihr könnt mich erreichen mit eurem Freund, eurem Feedback, eurem Kommentaren, unter podcast.lc.lu. Dann hoffen ich, dass das Video euch etwas bricht hat, und dann sehen wir euch bis demnächst.